Die Top 5 Besten Schwarzen Hochglanz Sideboards Ich bin wirklich glücklich mit meinem Kauf der Trend Team Smart Living Badezimmer Schrankkommode Amanda. Es bietet viel Stauraum und der Schubkasten ist sehr praktisch für die Aufbewahrung von Badutensilien. Außerdem ist die Kombination aus Weiß und Hochglanz sehr modern und stylisch. Der Schrank ist sehr einfach zu montieren und die Anleitung ist gut verständlich. Es war auch sehr preisgünstig und ich denke, es ist ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Insgesamt bin ich sehr zufrieden und würde es jedem empfehlen, der einen stilvollen und praktischen Badezimmer Schrank sucht. Ich bin sehr zufrieden mit der Interlink Sammler Vitrine. Die Hänge Vitrine ist sehr leicht zu montieren und sieht einfach fantastisch aus. Die Wand Vitrine ist geräumig genug, um meine Sammlungen zu präsentieren, und die Regale im Inneren bieten viel Platz für alle meine Lieblingsstücke. Das MDF Material ist äußerst langlebig und robust, was mir lange Freude an diesem Wandregal garantiert. Ich würde diese Glasvitrine jedem Sammler empfehlen, der nach einer stilvollen Art sucht, seine Schätze auszustellen. Ich habe das Lison 3er Set Hexagon Wandregal aus Metall gekauft, und es hat meine Erwartungen übertroffen. Das Regal ist sehr robust und das schwarze Design passt perfekt zu meinem Wohnzimmer. Ich liebe die hexagonale Form und die Tatsache, dass es ohne Bohren installiert werden kann, ist ein großer Pluspunkt. Ich kann meine Dekorationen und Bücher einfach darauf platzieren und das Wandregal gibt meinem Raum einen stilvollen Akzent. Absolut empfehlenswert für jeden, der nach einem einfach zu installierenden und stilvollen Regal sucht. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Universal Nachttisch in schwarz. Die vier geräumigen Schubladen bieten ausreichend Platz für meine Habseligkeiten. Das moderne Design passt wunderbar zu meinem Boxspringbett und verleiht dem Schlafzimmer eine stilvolle Optik. Der Nachttisch ist zudem sehr stabil und gut verarbeitet. Mit den Maßen von 46 x 79 x 42 cm, BHT, passt er perfekt in jede Ecke meines Zimmers. Ich kann ihn jedem empfehlen, der nach einem praktischen und schönen Nachtschrank sucht. Ich habe das Hobro 8-stöckige Schuhregal gekauft und bin damit sehr zufrieden. Es ist groß genug, um 24 bis 32 Paar Schuhe zu verstauen und hat flache sowie kippbare Gitternetzregale, die es ideal für unterschiedlich geformte Schuhe machen. Das Metalldesign und die Vintage-Braun-Schwarz-Farbgebung machen es zu einem echten Hingucker in meinem Flur. Es ist sehr stabil und einfach zu montieren. Ich empfehle es jedem, der eine stilvolle und praktische Schuhablage sucht. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.